hallo und herzlich willkommen da bin ich wieder in far cry 3 genau nee in ace of spades alter ich hab das schon so drin weil ich zurzeit nur far cry 3 aufnehme alter das gibt's doch gar nicht also gut da sind wir wieder in ace of spades lange nicht mehr gespielt doch jetzt ist es wieder da keine ahnung wie lange erstmal ich hab mir gerade so gedacht ich war hier gerade drinnen dachte ich mir nehme ich einfach mal auf so wir haben ein paar leute noch mal gucken know how move der gehört zu mir der ist einer von uns wenn man zu sagen will wo lang müssen wir hier da da hallo ich glaube so elektronik nicht weg menschen ja ich hoffe noch dass hier ein paar leute mehr zu kommen ich habe einfach mal ein server card aufgemacht und ja habe extra 24 spieler gemacht damit meine volle runde wird aber ich glaube naja wenn immer weniger kommt okay also wenn ich gleich noch ganz alleine drauf bin also dann wird das ist die beste runde das ist für das denn eigentlich auf der hüfte treffen wir das ja traum ist das das ist mein kollege ich habe natürlich wie das biet ganz hoch und ich schreibe es mal freundlich sein und ja wollen wir doch mal hier wieder das auch schon lange nicht mehr gespielt vielleicht sieht man da mir das an ich war mal besser und nein hier ist auch noch untergefallen aber trifft mir noch war ja klar war ja klar hätte er nicht einfach so runterfallen können nein natürlich nicht hallo guck mal vielleicht hätte ich mal ein bisschen gucken wenn ich jetzt hier und dann bin ich doch eh gleich weg das ist aber ganz gemacht sollen wir recht sein so hier noch ein paar hinklatschen lalala lala 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 kopp mal durch hier ist was ja ja das fein hallo 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 er liegt treff doch in der luft oder nicht war mal hinter dich das sehen gleich noch aufhören weil zu gut sind komm her, komm, ich seh dich, seh dich, seh dich oh, ist abgebaut worden, unser guter Steg, wir hatten hier vorhin einen Steg, ich weiß nicht, ob das noch jetzt mit in der Folge drin ist, glaubt nicht, so habe ich mir alle Beine hey, der hat zweimal die, glaube ich, wir treten, auch gut, nochmal, geh weg, geh weg, geh weg, hallo, jetzt rennt er nicht weg, Daniel, der Kocker, so, werde ich verfolgt, sah gerade so aus, wäre da hinten der Block weggesprengt worden, ah nein, war anscheinend doch nicht so, Kuckuck, jetzt wird's auch ein bisschen voller, sobald ein paar Leute hier auf dem Server sind, dann wird das meistens echt voll, hey, wird's auch nicht einfach so,.. x4 x5 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 x6 New Server! Erstmal noch ein bisschen zutexten. So, jetzt krieg ich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Und ich hab meine altbekannte Sniper mal wieder rausgeholt. Ich finde einfach, in diesem Spiel ist das wirklich das Beste, was man machen kann, Snapen. Das macht super Spaß, keine Ballistik. In Far Cry 3 ist das auch ein bisschen so. Das solltet ihr euch mal anschauen. Ich mach nämlich so nebenbei jetzt hier gerade Far Cry 3 LP. Hallo, Ivan? Ja komm, das ist doch ähnlich, ey. Komm, geh mal weg. Oh. Okay. Ich hab nix gesagt. Denkung? Achso, okay. Ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Ich hab... Wie gesagt, das lange nicht mehr gespielt. Ohli? Was war das? Was war das? Hm. Hm. Ich glaub, ich hab Skype im Hintergrund gar nicht rausgemacht. Also wenn mich einer anruft, dann klingelt es erstmal. Jetzt geh weg. Wow. Wow. Er hat mich ja auch erschrocken hier. Was der kann, können wir schon lange... .... Ar... ... ... ... ... sauerkraut jungs hinterher sind die kameraschein und dann wollen das nicht ich muss das das muss ich meine frage bei dem dann so oder was sagen die soundkulissen überhaupt so dann jetzt habe ich dann schon wieder zu laut für mich für euch bestimmt wieder zu viel zu leise hallo jetzt gehen sie aber ja zurück bleib stehen ich sollte nicht stehen bleiben auch das gibt es nicht war wie ich das spiel vermisst habe ganz ehrlich also ist einfach immer noch das beste spiel dafür zwischendurch hallo schluss mit lustig jetzt wird es ernst was denn hier passiert rechtes ist das anhörte kommt es ist nice wie man das sieht hallo bist du immer schön scharf halten hier und mit diesem satz verabschiede ich mich nun von dieser runde wir sehen uns an demnächst wieder in far cry 3 in ace of spades und was vielleicht noch also kommen wird das weiß ich noch nicht also ich sehe wir sehen uns schreibt in die kommentare was sich gefällt was das nicht gefällt bleibt bleibt mich nicht Prozent abonniert mich für die damit ja auch über die nächsten folge folgen Bescheid ist und etwas bis dahin schau schau auf